Was geht ab Hardware Bros und willkommen zu Setup Wars Folge Nummer 22 und wer es in die heutige Folge geschafft hat und vor allen Dingen was es zu gewinnen gibt, all das erfährst du nach dem Intro. Ich wünsche viel Spaß und los geht's! Februar 2016, was es zu gewinnen gibt, erfährst du in der vorherigen und darauf vorherigen Folge. Ich dachte mal, das sollte Version oder Folge Nummer 20 sein und wer es in die heutige Folge geschafft hat, das sind Hook, Ralf, Schumi und Maximilian. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für die Teilnahme und wir legen direkt los. Das Setup von Hook ist auf jeden Fall sehr speziell, spricht vor allen Dingen aber auch die Nvidia-User an. Bei AMD bin ich mir jetzt nicht unbedingt so sicher, aber ich würde auf jeden Fall hier dafür absehen, Hook jetzt als Nvidia-Fanboy zu bezeichnen. Klar, Nvidia hat mit der 917 ein bisschen Bock misstgebaut, aber Hook in diesem Fall jetzt aufgrund dessen, dass er auf grün und Nvidia steht gleich als Fanboy zu bezeichnen, finde ich einfach ein bisschen unfair. Warum sollte man jemanden als Fanboy bezeichnen? Nur weil er eine Leidenschaft für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Firma hat. Deswegen bin ich mit sowas immer sehr vorsichtig, aber er mag es persönlich auch nicht. Und geachtet dessen finden wir hier auf dem Schreibtisch sehr viel Technik, zumal mit der Razer Black Widow Ultimate, dazu die Mad Cates Red 7. Zentral auf dem Schreibtisch positioniert, auch mit einer Erhöhung, ist ein HP 27 Zoll Monitor. Der linke Monitor ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter, dazu hatte sich Hook jetzt nicht geäußert. Auf der rechten Seite findet sich dann der PC, bestehend aus dem NZXT H440 in der grünen-schwarzen Version, also passt auch hier optimal. Und dort drin verbaut ist ein 6700K und dazu eine GTX 970. Insgesamt auf jeden Fall ein sehr schönes Setup, wie ich finde. Grün, Weiß und Schwarz passt halt wirklich sehr schön zusammen. Kabelmanagement ist auf jeden Fall hier sehr gut gewählt. Viele hatten gesagt, dass ich mal ein bisschen mehr auf Kabelmanagement eingehen sollte, mache ich kein Problem. Wenn es persönlich jetzt mein Setup wäre, würde ich drei Dinge ändern. Zumal auf jeden Fall hier der gesamte Technikbereich begrenzt ist, würde ich den PC auf jeden Fall runternehmen vom Hauptschreibtisch und auf einen separaten Tisch stellen. Zum Beispiel ein Tisch in dieser L-From ist ja ganz beliebt und auch hier eine gute Möglichkeit, den PC immer noch sehr gut zu präsentieren. Das zweite ist auf jeden Fall dieses Telefon. Das passt halt in meinen Augen irgendwie gar nicht zu diesen Hightech-Produkten und zum Telefon ist der irgendwie immer noch so eine Basic-Komponente. Finde ich irgendwie sehr langweilig und passt irgendwie nicht rein. Und die dritte Komponente wäre, diesen Schreibtisch-Komplex, bestehend aus diesen Subfächern, würde ich auf die linke Seite machen, damit halt quasi auch dieser 90-Grad-Bogen für den PC optimal genutzt werden könnte. Das wäre meine Vorstellung, was ich persönlich ändern würde. Und damit machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Setup. Das Setup von Ralf kombiniert zunächst einmal zwei unterschiedliche Arten und Weisen, wie man einen Schreibtisch gestalten kann. Zumal aus Holz oder aus Glas und ich finde einfach, diese Glasplatte auf diesem Holztisch wirkt einfach schon sehr edel und auch sehr hochwertig. Dann in Kombination dazu natürlich auch noch die sehr extravaganten Lautsprecher, ein 2.1-Soundsystem von Edifier und dazu natürlich der mächtige Acer Predator-Widescreen- bzw. Ultra-Wide-Monitor. Finde ich wirklich sehr elegant gelöst, aber auch sehr schön anzusehen, wie ich finde. Auf der gegenüberliegenden Seite finden wir dann den PC, bestehend aus einem 6700K und dazu einer GTX 980 von Gigabyte. Das Ganze verbaut in einem Fentex Enter Pro M. Kabelmanagement ist auch hier super gelöst, finde ich also hier keinerlei Beanstandung, irgendwie irgendwas zu ändern. Was ich hier wirklich ändern würde, wäre zum Beispiel die Wand im Hintergrund, zum Beispiel in einer anderen Farbe, aber vielleicht auch mit einem großen Bild. So ein Widescreen-Format-Bild mit einer City-Skyline finde ich wirklich sehr ansprechend, passend auch zum Beispiel zum Hintergrundbild auf dem Acer Predator-Monitor. Und Beleuchtung würde ich in diesem Fall jetzt hier drauf verzichten und auch irgendwie Dekoartikel in grüner Form und dann würde ich das Ganze auch schon dabei belassen. In diesem Sinne machen wir weiter mit dem nächsten Setup und das ist das von Shumi. Das Setup von Shumi wirkt durch die Möbel auf jeden Fall sehr düster und dunkel, aber ich finde persönlich, dass diese Holzoptik, nennt sich ja glaube Nussbaumbraun, wirklich sehr schön und hochwertig aussieht. Über dem Schreibtisch befindet sich dann zum Beispiel noch ein Regal, auf dem jede Menge Krimskrams untergebracht ist, aber auch zum Beispiel diese Stimmungslampe von Philips, die ich persönlich irgendwie nicht so attraktiv fand, wie jetzt die von Elgato, die Elgato Avea Blub. Deswegen habe ich mir die gekauft und nicht die Philips. Auf dem Schreibtisch befindet sich dann zum Beispiel eine Logitech G19S Tastatur, eine Rocket Tine als Maus und dazu noch zwei BenQ 24 Zoll Monitor. Und was ich sehr interessant finde, ist dieser Notausschalter, wo man anscheinend volle Power draufhauen kann und das ist irgendwie alles auf einmal dunkel, vielleicht abends, wenn man jetzt schlafen gehen will, interessant gelöst. Aber vielleicht ist es einfach nur ein Dekoartikel, einfach nur ein Fakeartikel. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn sich in diesem Fall Shumi dazu mal äußern könnte. Unten in der Kommentarbox auf jeden Fall dazu mal ein bisschen äußern, wie das Ganze da verkabelt ist und so weiter, was da dran liegt. Der PC ist auf jeden Fall, ja optisch auf jeden Fall sehr ansprechend, wie ich finde. Zumal hier mit dem Corsair 400R, was irgendwie modifiziert ist. Ich denke mal hier durch diese große Plexiglas-Seitenwand, aber auch zum Beispiel innen drin dann zu sehen, eine GTX 970 und dazu ein Devil's Canyon System bzw. eine Devil's Canyon Plattform mit einem ASRock Z97X Killer. Finde ich wirklich interessant anzusehen. Was ich hier persönlich ändern würde in dem PC, wäre auf jeden Fall eine Netzteilabdeckung, weil dieser Netzteilbereich da unten auch jeden Fall mit diesen Molex-Adaptern sieht halt nicht wirklich ansprechend aus. Das würde ich zum Beispiel bei dem PC ändern. Was mich persönlich auch richtig stört. Ich habe es noch nie verstanden, Leute, aber das sind Klebezettel irgendwo am Monitor, irgendwo an Möbeln dran. Wir leben im 21. Jahrhundert 2016 und es gibt auch sowas wie Windows-Notizen, da muss man sich nicht den Monitor voll mit Klebezetteln pumpen. Verstehe ich nicht sowas. Und auf jeden Fall noch dieses kleines Regal oben, so ein bisschen aufräumen. Ansonsten finde ich, wie gesagt, das Setup auf jeden Fall gelungen. Damit machen wir weiter mit dem nächsten Setup und das ist das von Maximilian. Das Setup von Maximilian ist auf jeden Fall interessant anzusehen, zumal wir hier zwei sehr gleiche Monitor haben. Es sind halt im Detail nicht unbedingt dieselben Monitor, aber es sind zwei ASUS-Monitore im 22-Zoll-Format, die optisch auf jeden Fall identisch wirken. Und das ist es meiner Ansicht nach, was es auf jeden Fall ausmacht. Wenn sie optisch auf jeden Fall identisch sind, kann man damit leben, dass sie sich vielleicht im kleinsten Detail ein bisschen unterscheiden. Wir sehen aber auch noch zum Beispiel eine Logitech 270-Tastatur in Wireless-Form, dazu noch eine Trust-Mouse als auch ein SteelSeries-Mousepad. Also eine ganz normale Office- und Multimedia-Konfiguration besteht aber auch daraus, weil wir hier einen PC haben, der nicht unbedingt fürs Gaming geeignet ist. Also High-End-Gaming zum Beispiel, wie GTA 5 in 4K, UHD, wie auch immer. Und auf der rechten Seite dann der PC, ein Cube-PC mit einem sehr schönen großen Sichtfenster. Und dort drinnen zu sehen ist dann ein i5 aus der Devils-Cannon-Serie, verbaut auf einem H87M. Das geht ja ohne weiter. Mit dem H87 oder H97 war es ja auch möglich, diese Devils-Cannon-CPUs zu übertakten. Und das Ganze wird dann kombiniert mit einer GTX 660 von Pellet. Die Wallpaper sind übrigens ja genau mein Ding, M4 und auch der GTR von JP Performance. Zu JP Performance komme ich gleich nochmal. Und dann kommen wir jetzt zu den Dingen, die mich persönlich stören. Und das ist auf jeden Fall ganz klar der Subwoofer auf dem Schreibtisch. Ich verstehe nicht, warum man sich einen Subwoofer auf dem Schreibtisch stellt, denn ich vergleiche es auch mal gerne damit. Einen Subwoofer aus einem 5.1 Soundsystem für euer Wohnzimmer stellt ihr euch ja auch nicht mitten auf dem Wohnzimmertisch, sondern irgendwo rechts oder links im Raum quasi von der multimedialen zentralen Einheit, Fernseher- und Lautsprecherkombination, halt irgendwo links oder rechts in die Ecke. Und ein Subwoofer auf dem Schreibtisch von so einem 2.1 System findet immer sehr kritisch, weil dieser Subwoofer nimmt Platz weg, sehr viel Platz weg. Aber auch natürlich so, wenn der Bass mal richtig einsetzt, dann könnte es sein, dass da zum Beispiel irgendwas auf dem Schreibtisch ist, was vibriert und Störgeräusche verursacht. Und deswegen bin ich persönlich kein Freund von einem Subwoofer auf dem Schreibtisch, sondern ein Subwoofer gehört für mich immer noch unten auf dem Fußboden. Und der zweite Punkt ist, der mich hier so ein bisschen stört, ist auf jeden Fall dieser Stromverteiler hinter dem rechten Monitor. Den Stromverteiler würde ich hinter dem PC setzen und so passt halt wirklich auch mit der Beleuchtung sehr gut überein. Dann würde ich die Monitorkabel noch ein bisschen clean gestalten, dass die quasi direkt hinter diesem Monitor-Standfuß sind. Und dann ist das Ganze wirklich noch schöner anzusehen, denn durch die Beleuchtung ist halt natürlich klar, man sieht alles, was hinter dem Monitor ist. Und dieser Stromverteiler ist da jetzt nicht unbedingt schön anzusehen. Ja Freunde, somit sind wir durch für diese Folge. Jetzt noch ein paar Worte zu JP Performance. Ich habe vor, im März, kurz vor Ostern, quasi zu JP Performance zu düsen und an meinem Auto ein paar Veränderungen vorzunehmen. Und ich habe einfach mal die Frage an euch, besteht Interesse daran, dass ich das Ganze in einem Vlog-artigen Video so ein bisschen dokumentiere, was ich so erlebe und so weiter und so fort, weil ich persönlich mag die Arbeit von JP, aber auch den Kanal, die Videos extrem ja gerne. Ich feiere seine Videos wirklich krass. Und es gibt auch viele Leute, die mich auf seinem Kanal unter den Videos wiedererkennen. Und ich sehe auch immer wieder, zum Beispiel beim letzten Setup, dass es zum Beispiel auch hier Maximilian gibt, der auch eine Leidenschaft für JP Performance hat. Aber ich habe schon selber Bock, so ein Video dazu zu machen. und würde mich freuen, wenn ich jetzt ein bisschen Feedback geben würde, ob ihr sowas sehen wollt. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und in diesem Sinne bis neulich. Ciao.